Mal eine Frage hier in Köln. Wer hier in Köln ist bei Tinder angemeldet? Ja, sehr gut. Köln, da braucht man das nicht. Da lernt man die Leute auf den Ringen kennen. Ja, Astrein. Also, niemand ist bei Tinder angemeldet, super. Astrein, niemand ist bei Tinder angemeldet. Hervorragend. Ja, auch das funktioniert wieder klasse. Das Interessante an Tinder, weil Sie kennen das ja alle nicht, Sie wissen ja nicht, was das ist. Das Interessante an Tinder ist folgendes. Sie können relativ tiefgründig Personen kennenlernen. Alle, die jetzt lachen, haben klargemacht, dass sie wissen, was Tinder ist.